Erste Eindrücke eines potentiellen Mega-Hits, das Ende des größten Konsolenkriegs aller Zeiten, Innovationen bei World of Warcraft, Neues von Netflix und mehr Neuigkeiten warten. Herzlich Willkommen, das ist die Woche. Durch diverse Leaks und Videos wurden erste Details zum neuen Spiel von Valve bekannt. Deadlock wird ein Third-Person-Hero-Shooter, der sich an zahlreichen anderen Game-Einflüssen bedient. In einer Mischung aus Overwatch, Valorant, Team Fortress 2 und Dota bekämpfen sich zwei Teams mit jeweils sechs Spielern. Die Maps sollen sehr groß sein, aber jeweils – und hier kommt einer der Dota-Einflüsse – in vier Lanes aufgeteilt sein, also offensichtliche Wege, die durch die einzelnen Karten führen. Deadlock macht bisher einen sehr schnellen Eindruck und soll sich eher actionreich als taktisch spielen, es gibt für jeden der bisher 19 spielbaren Helden individuelle Skills und Fähigkeiten und die typische Mischung aus Tank, Heiler, Sniper und so weiter wird bedient. Spieler beschreiben das Spiel in erster Linie als stark Dota-inspirierten Shooter, man bekämpft aktuell nicht nur andere Spieler, sondern auch relativ harmlose CPU-Gegner, die wiederum In-Game-Währung fallen lassen, mit denen man den eigenen Helden stärker machen kann. Ein größerer Boss bewacht derweil das Zentrum der Karte. Die Grafik ist natürlich noch in frühem Zustand, ein Stil aus sehr stilisierten Helden-Charakteren in einer semi-realistischen Steampunk-Welt, ist aber schon erkennbar und erinnert durchaus an Team Fortress 2. Deadlock befindet sich aktuell noch in der Alpha-Phase, klingt aber definitiv schon ziemlich interessant. Wann es erscheint, ist natürlich noch nicht bekannt, es wird aber sicherlich noch ein kleines Weilchen dauern, bis eine öffentliche Beta angekündigt wird. Aber auch von Overwatch selbst gibt's Neuigkeiten. Nachdem der ursprünglich schon zum Launch angekündigte große PvE-Modus im Multiplayer-Shooter nachträglich zurückgezogen wurde und als wesentlich kleinere Spieloptionen neu entwickelt wurde und damit mitten in einem eh schon vorhandenen Blizzard Shitstorm den Zorn der Spieler auf sich zog, wird jetzt auch diese Minimal-Version wieder fallen gelassen. Drei Monate nach dem ersten Release des PvE-Spielmodus wird er wieder aus dem Spiel entfernt, da er, wie Blizzard sagt, nicht mit Spielern resoniert hat. Mit dem Start von Overwatch Season 11 am 18. Juni wird der Modus nicht länger spielbar sein. Seit dem Start von Overwatch 2 gab es gefühlt nur Magenschläge für den Vor-Launch als Riesending gehandelten Nachfolger und Blizzard wird es schwer haben, in einem gefühlt niemals endenden Sturm aus schlechten Nachrichten die Fans bei Laune zu halten. Die Absage des PvE-Modus kommt nur zwei Monate nach der Ankündigung seitens Activision Blizzards, Overwatch 2 revitalisieren zu wollen und große Updates ins Spiel einzubauen, um das Feedback des Spieler ernst zu nehmen und umzusetzen. Eine Handvoll Sega-Veteranen bauen einen neuen Publisher auf. Alibi Games soll eine Mischung aus Micro-Publisher und Agentur werden, die Entwickler nicht nur mit der Veröffentlichung ihrer Spiele, sondern auch mit Spiele-Pitches und Support helfen möchte. Jarvis Crofts hat zuvor für zehn Jahre in Segas Publishing-Arm in leitenden Positionen gearbeitet, Mark Delamore für sechs Jahre als Projektleiter. Luke Greenaway kommt von ECI Games, einem Serviceanbieter für Entwickler und Studios, welches sich unter anderem um 505 Games, Apple und EA kümmerte. Alibi will klein bleiben und sich seine Kunden persönlich aussuchen und allgemein eine eher passive Rolle im Publishing einnehmen. Greenaway benennt als einen der Hauptgründe für die Gründung viele Konversationen, die im Grunde fragen, warum hat noch niemand dieses Spiel gemacht und möchte genau diese Art Produktion unterstützen. Wir können die Spiele aussuchen, mit denen wir arbeiten möchten, sagt er. Und das erlaubt uns auch, die Entwickler auszusuchen, mit denen wir arbeiten möchten. Wir haben eine langfristige Verantwortung als Publisher, Leuten nicht zu kündigen oder Projekte zu canceln. Dies sind die Träume und Passionen von Menschen. Ich hoffe, das Wort kann gehalten werden. Eine weitere Neugründung kommt von Amazon. Geleitet von Ubisoft-Veteran Christian Panner öffnet der Warenhauskönig ein neues Spielstudio, und zwar sein erstes in Europa. Mit dem Hauptquartier in Bukarest soll das neue Studio sich auf Amazons wachsendes Portfolio an Spielen konzentrieren. Studioleiter Chris Panner arbeitete seit gut 20 Jahren bei Ubisoft, zuletzt als Managing Director auf Ubisoft Bukarest von 2020 bis 2024. Amazon will im neuen Studio interne Entwicklungen in Europa starten, wird aber wenig definitiv über die tatsächlichen Aufgaben des neuen Studios. Denkbar ist eine reine Supportrolle für die kommenden und existierenden Online-Spiele von Amazon Games, das sich natürlich ein europäischer Standort hier anbieten würde. Wirklich eigenständige Studio-Entwicklungen sind aber bei der Wahl der Studioleitung auch nicht unwahrscheinlich. Aktuell werden für das Studio in Rumänien Positionen in der Software-Entwicklung, Posten für Art und Animation sowie Designer gesucht. Es sieht also eher nach letzterem aus. Offiziell wurde allerdings noch kein Projekt angekündigt. Der vielleicht älteste Konsolenkrieg aller Zeiten wird nun zwangs beigelegt. Atari oder das was von Atari heute noch übrig ist, kauft Intellivision ein, inklusive der Marke über 200 Untermarken von Spielen und Zubehör und allen anderen Rechten, die der Brand beinhaltet. Atari und Intellivision waren beide riesige Namen im Konsolenmarkt der 80er Jahre. Aktuell gehört Atari der französischen Atari SA, hat aber mit der Originalfirma nicht mehr viel zu tun. Ursprünglich wurde der ehemalige Konsolen- und Computergigant von Nolan Bushnell und Ted Dabney gegründet, später von Jack Tramiel eingekauft und als Atari Games Corporation weitergeführt. Nachdem Bushnell es in den späten 90ern nicht schaffte, Atari wieder zurückzukaufen, wurde es an WMS Industries verkauft, den Besitzer der Arcade-Marken Williams und Midway. 1998 wurde es dann weiter verkauft an Hasbro, 2001 an Onfrogramm Entertainment. Nach weiteren Bankrotten und lebenserhaltenden Naznamen für die Brand, um die sich mittlerweile nur noch eine Handvoll Mitarbeiter kümmerten, ist Atari heute hauptsächlich bekannt als Namensgeber für Lizenzen im Spielebereich, mit Auftritten in der Kryptobranche und mit der Vermarktung günstiger Retro-Arcade-Spielzeuge, sowie vor allem mit dem Verkauf von Shirts und Cappies, mit dem immer noch prominenten Atari-Logo. Parallel dazu ging es in Television nicht viel besser. Ehemals einer der größten Konkurrenten des originalen Ataris in den 80er Jahren, ist die Firma von Mattel mittlerweile kaum noch relevant. Nach einer ähnlich turbulenten Marketinggeschichte kam der letzte größere Platscher wohl unter der Leitung von Tommy Tallarico, der die Rechte zur Marke um 2018 eingekauft hatte. Er wollte eine neue Konsole mit dem Namen Amico herausbringen, die es nach desaströsen Testruns und Verlächerlichungen seitens der Medien nach zahlreichen Verschiebungen nie auf den Markt geschafft hat. Nun, nach dem Einkauf seitens Atari, ist dieser Konkurrenzkampf endlich zu einem sehr passenden Ende gekommen, in dem der eine Firmenzombie den anderen aufgefressen hat. Wir werden hoffentlich bald erleben, ob sich der Einkauf lohnt. Um die ganze Geschichte zu feiern, veröffentlicht Atari erstmal, was auch sonst, eine Runde T-Shirts jetzt zu haben auf Atari.com. Kannst du dir nicht ausdenken. Ein neues Xbox-Showcase scheint langsam greifbar zu werden. Am 9. Juni um 19 Uhr gibt's Neuigkeiten zu Microsofts kommendem Line-Up und erste Gerüchte lassen auf eine spannende Präsentation hoffen. Sowohl Avowed als auch Indiana Jones and the Great Circle sollen kurz nach dem Showcase veröffentlicht werden. Es wird hier also sicherlich einige News geben. Auch ein Gerücht zu einer Neuauflage von Blue Dragon hält sich hartnäckig. Noch früher könnte es laut Branchen-Insider Nick Baker für einen Playstation Showcase werden. Ein Datum um den 28. Mai steht im Raum. Dazu würden die neuen Gerüchte um ein Lego Horizon Zero Dawn Spiel passen, sowie leise Andeutungen für einen Ghost of Tsushima Nachfolger. Eine Bestätigung gibt es allerdings noch nicht. Und wo wir gerade mitten in der Gerüchteküche sind, es gibt Flurfunkneuigkeiten über ein neues Doom, welches wohl im Juni angekündigt werden soll. Doom The Dark Ages soll ein mittelalterliches Setting mitbringen und könnte damit ein Prequel zur aktuellen Story um den Doom Slayer sein. Bei The Dark Ages handelt es sich wohl um einen neuen Titel für den bereits vorher immer wieder geflüsterten Doom Nachfolger Year Zero und es befindet sich angeblich bereits seit über vier Jahren in der Entwicklung. Es wird ebenfalls als guter Kandidat für das bereits angesprochene Xbox Showcase gehandelt, da es als Bethesda Produkt natürlich auch auf Game Pass erscheinen würde. World of Warcraft bekommt ein neues Feature, welches sich nur wenige MMOs vorher getraut haben, aber hoffentlich mehrere zukünftig einfügen werden. Mit dem neuen Update The War Within gibt es nicht nur neue Geschichten und Content, sondern auch einen Story Mode für Raids, welches Solospielern und kleinen Gruppen erlaubt, ebenfalls die Geschichte des Spiels zu erleben, auch wenn sie keine regelmäßige Raid-Gruppe zusammenstellen können oder wollen. Der Modus wird erst einmal nur im ersten Raid der neuen Expansion verfügbar sein, dem Palast von Nerub A. Im Story Mode können Spieler den Raid sowohl alleine oder in privaten Gruppen betreten und ohne die Hilfe von anderen Spielern oder NPC-Ersatzcharakteren die Story komplett auf sich gestellt durchspielen. Der Raid selbst wird damit natürlich signifikant einfacher und damit eignet sich der Spielmodus auch für erfahrene Spieler, um sich die Situation für zukünftige Taktiken in Ruhe anzuschauen. Wie der Easy Mode sich auf Loot und Belohnungen auswirken wird, ist noch nicht bekannt, aber das wird Blizzard sicherlich bedacht haben. Bisher bleibt Nerub A. der einzige Raid, der den Story Modus anbietet, aber die Option wird sicherlich auch auf weitere, vielleicht sogar ältere Raids und Instanzen erweitert werden, wenn Spieler das Ganze positiv aufnehmen. Bisher ist die Spielergemeinschaft auch sehr angetan von der Idee, Gatekeeping oder Gegenstimmen gab es nur sehr vereinzelt und vergleichsweise wenige. Und wenn das Konzept erstmal die Runde macht, kann ich nur hoffen, dass sich andere MMOs hier ein Beispiel an WoW nehmen. Accessibility und Spielbarkeit auch für Spieler, die aus welchem Grund auch immer mit knallharten Raid-Content nicht klarkommen, ist wichtig und richtig. Eine Ära geht zu Ende, zum zweiten oder dritten Mal. Ab dem 26. Juni wird ICQ, das Chatprogramm, dessen Nachrichtenton vor noch wenigen Jahren wirklich jeder kannte, den Betrieb offiziell einstellen. Einige von euch werden sich jetzt fragen, wie einstellen, das war doch schon lange tot. Aber nein, ICQ, eigentlich hergestellt von Mirabilis um 1996, wurde zweimal danach verkauft. Einmal an AOL in 98, als es noch groß war, dann in 2010 an VK, als es unter neuem Design wieder auf den Markt kam. Anfang der 2000er Jahre dominierte ICQ den Messaging-Bereich mit mehr als 100 Millionen registrierten Accounts, doch damit ging es leider steil bergab. In 2022 hatte ICQ zwar tatsächlich noch 11 Millionen monatliche User, hatte aber letztendlich trotz dem Backing von VK, alias der Mail-Ru-Gruppe, auf internationalem Boden keine Chance gegen WhatsApp, Discord oder Skype. ICQ wird nun Ende Juni eingestellt und ich bin sicher, dass der ikonische Nachrichtenton für immer auf den Handys irgendwelcher Hipster weiterleben wird. Gamergate hat wieder einen sehr normalen Tag. Nach ihrer Sweet Baby Detected-Kampagne, bei der Spiele-Studios, Publisher und natürlich die Firma Sweet Baby selbst auf Social Media schikaniert und belästigt wurden, für die unglaubliche Dreistigkeit in ihren Spielen Inklusion, Gleichberechtigung und Repräsentation anzubieten und zu promoten, versuchen die sehr erwachsenen und ausgeglichenen Gamer-Boys aus unserem Lieblings-Clown-Zirkus jetzt direkt an der Quelle anzupacken. Mit einer Kotaku Detected-Link und Datensammlung wird nun versucht, individuelle Personen, die jemals irgendwie in irgendeiner Form mit der Spiele-Webseite kotaku.com zu tun hatten, zu sammeln und sämtliche Daten, Personalien, Laufbahnen und weitere professionelle und persönliche Infos festzuhalten. Sehr wahrscheinlich wird durch dieses völlig nachvollziehbare und überhaupt nicht besorgniserregende Verhalten, das natürlich in einigen Ländern absolut illegal und komplett irre ist, wie bei den meisten Gamergate-Aktionen nicht viel passieren. Aber ich möchte lieber die zwei Minuten dieser Sendung opfern, um potenziell Betroffene zu warnen, anstatt das Ganze, wie man es eigentlich tun sollte, komplett zu ignorieren und auszulachen. Falls ihr als Journalisten oder anderweitig mit hereingezogen werdet, passt bitte auf euch auf und informiert notfalls die Behörden, anstatt euch selbst damit herumschlagen zu müssen. So, wir haben jede Menge Netflix-News. Der erste Teaser für The Witcher Season 4 zeigt einen winzigen Eindruck davon, wie der neue Geralt aussehen wird. Nachdem Henry Cavill die Serie verlassen hat, zeigt der kurze Ausschnitt den neuen Witcher Liam Hemsworth. Und ja, Liam ist Chris' Bruder. Von Infos zu Inhalten und Story kann noch keine Rede sein, da die neue Staffel erst für 2025 geplant ist. Aber optisch kann sich Hemsworth als Geralt durchaus sehen lassen. Außerdem kündigt Netflix den Titel des nächsten Knives Out Mystery Films an. Der neue und gefährlichste Fall von Benoit Blanc alias Daniel Craig wird den Titel Wake Up Dead Man tragen und 2025 erscheinen. Ein richtiger Trailer hingegen kommt von Beetlejuice, Beetlejuice. Ähnlich den neuen Ghostbusters-Film erwartet uns hier eine nostalgiegesteuerte Neuinterpretation slash Fortsetzung des Klassikers. Jede Menge Szenen im Film erinnern direkt und indirekt an nahezu identische aus den alten Filmen. Was das Casting angeht, kann das Tim Burton-Konstrukt aber einiges versprechen. Michael Keaton und Winona Ryder kehren in ihren Originalrollen zurück und scheinen kaum mehr als ein paar Jahre verloren zu haben. Dazu haben wir Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega und Willem Defoe. Beetlejuice, Beetlejuice erscheint im September auf Netflix. Und wieder einmal kann ich euch fast zu spät eine kleine Convention ankündigen. Aktuell läuft die Nonki-Con in Speyer in Rheinland-Pfalz. Auf der Nonki-Con 2024 geht's wie üblich um Künstler, Cosplayer und Show-Acts aus Deutschland und Japan, aber ihr könnt auch traditionell japanische Künste wie Ikebana oder Taiko unter die Lupe nehmen. Zahlreiche Künstler und Show-Acts finden sich an diesem Wochenende in Speyer ein, darunter die Band Samurai Apartment, die Taiko-Gruppe Kagura oder Mangaka Mayumi Nagashi. Natürlich gibt's auch Händler, Workshops und vieles mehr. Wer an diesem Wochenende noch in Reichweite ist, kann die Nonki-Con noch bis Sonntagabend besuchen. Und wem das zu kurzfristig ist? Natürlich startet Ende Juni auch Deutschlands größte Anime- und Japan-Expo, die DOKOMI. Über Aussteller und Angebot reden wir ein anderes Mal, aber dass sich natürlich schon zahlreiche VTuber, Anime-Fans und eigentlich auch alle anderen fleißig auf Social Media einstimmen, dachte ich, ich erwähne es mal. Die DOKOMI läuft vom 28. Juni bis zum 30. Juni in Düsseldorf und Tickets gibt's auf DOKOMI.de. Hey, ich glaub das war die erste Folge ohne Kündigungs-News und ich bin zu 99% sicher, dass ich nur nicht ordentlich genug gesucht hab. Ich freu mich, dass ihr wieder dabei wart. Bitte vergesst nicht das Abo und die Glocke, damit ihr beim nächsten Mal direkt benachrichtigt werdet. Die heutige Aufgabe für die Comments geht an Beetlejuice. Welcher Horrorfilm, Serie oder Spiel hat eurer Meinung nach eine Fortsetzung verdient? Ich wünsch euch eine schöne nächste Woche, kommt gern mal in den Streams vorbei und wir sehen uns wie immer am Samstag. Macht's gut und bleibt gut. Ich bin Tigu, das war die Woche. Es gibt Flunk, Flunk? Es gibt Flur, es gibt Flurfunk-Neuigkeiten. Elvenfunk-Neuigkeiten. Um ein bisschen vertra�� zu werden. Die Sendung zu haben will of, wow. Wir tasksугало. In der minha Tat beate vor, mein Weg zu heißen hum. Mittal wird die Richard. Die Senkung sozusagen kriegt alles und isst nicht sicher. Vielen Dank.